Moin, was geht, Exo hier. Heute reden wir über die zukünftigen Updates von Warzone 2. Ich habe da nämlich einiges herausgearbeitet, Data Leaker haben das Ganze nämlich rausgefunden in den Codes und Call of Duty hat offiziell auch schon ein Statement abgegeben, was kommen wird. Call of Duty sagt selbst, Season 3 und Beyond, diese Sachen werden kommen. Also halten sie sich das frei, manche Sachen erst noch ein bisschen zu strecken bis zur Season 4 oder vielleicht auch zum Season 3 Reloaded Update. Es kann ja noch alles dauern. Auf jeden Fall sind diese Sachen offiziell und diese Sachen werden kommen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Modis, kein Geheimnis mehr, ist auf jeden Fall Ranked. Ranked wünschen sich sehr, sehr viele Leute. Ich persönlich hoffe einfach, dass sie in diesem Modus mehr so, ja, mehr so, ja, du kannst in diesem Modus halt auch das Spiel nicht neu schreiben. Das ist eine ganz klare Sache. Was man machen kann in dem Modus ist sowas wie Iron Trades, mehr Leben und Sonstiges. Aber, dass man da jetzt irgendwie Slide cancelsen kann oder neue Mechaniken im Spiel hat, das glaube ich auf gar keinen Fall. So wird das auf jeden Fall nicht kommen. Ich denke, das wird dann eher so in die Richtung von dem Modern Warfare 2 Ranked gehen, dass du halt da Waffenverbote hast, wie beispielsweise Raketenwerfer, Shotguns, irgendwelche overpowereden Sturmgewehre, LMGs, dass sie halt wirklich aktiv diese Waffen rausbannen, dass das Ganze ein bisschen even ist, dass die Meta etwas offener ist, wie man es aus dem eigentlichen Public-Modus kennt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie die SBMM-Unterschiede in diesem Modus sind. Also es ist auf jeden Fall nicht so heftig wie in Modern Warfare 2. Das Ranked war ja gut. Spielerzahlen 150 Leute hoch. Das kann man dann auch nicht so einfach balanceen. Müssen wir einfach mal schauen. Ich sehe schon auch wieder sehr, sehr viele Videos, wie die Leute am Hacken sind in Warzone 2 und auch in MW2. Das nimmt in den letzten Wochen wohl auch wieder überhand. Ich hoffe, da reagieren sie zügig, dass diese Leute weggebannt werden. Ich meine, du gehst auf TikTok, dann schaust du, ach, da spielen die Leute mit Wallhack und laden Videos hoch und schreiben hin, ja, ich bin schon seit zig Tagen am Hacken und mich bannt keiner. Die müssen das im Griff haben. Wenn schon kein Content, keine Updates kommen, dann müssen sie auf jeden Fall solche Probleme im Griff haben. Der nächste Modus. Das ist auch schon durchgesickert in der Vergangenheit, das Beutegeld. Ich persönlich wünsche mir, dass Beutegeld auch wirklich für beide Karten zur Verfügung steht. Das heißt, Ashika und Almazra in der Vergangenheit, wo jetzt beispielsweise auch wieder Ashika rauskam. Dann war es die ganze Zeit 1 bis 4 Spieler. Wann kommt das endlich? Dann hatten wir 4 Spieler, dann hatten wir 3 Spieler, hatten wir mal eine Woche 1 Spieler. Ich hoffe, sie arbeiten auf jeden Fall auch an den Playlisten, weil das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich meine, 4er bei Beutegeld ist jetzt nicht so nervig, wie als wenn es nur 4er bei Battle Royale gibt und du gerade mal entspannt alleine eine Runde zocken möchtest. Das ist da schon bei Beutegeld angenehmer. Vor allem kann man dann sehr, sehr gut seine Waffen leveln, muss nicht mehr im Multiplayer gehen, kann sich die Karte ein bisschen angucken, kann ein bisschen üben. Beutegeld ist schon ein wichtiger Modus. Feiere ich auf jeden Fall, dass der zurückkommt. Neue Modis für den Multiplayer kommen natürlich auch. Da hätten wir einmal Gunfight, ein Modus, den sich sehr, sehr viele Spieler wünschen. Ich persönlich kann da nicht so viel mit anfangen, aber warum auch nicht? Zur Abwechslung kann man das Ganze auf jeden Fall mal spielen. Dann bekommen wir Sprengkommando und Capture the Flex. Zwei sehr wichtige Modis, weil das ist auch sehr, sehr interessant, wie diese Modis im Spiel funktionieren werden, weil wir haben ja in Modern Warfare 2 ein neues Bomb-System, dieses Squat-Spawn-System und das ist ja übelster Rutz. Und bei Sprengkommando und Capture the Flag ist es nun mal so, dass du die linke und die rechte Seite hast und auf der linken Seite darf keiner spawnen von der rechten Seite. Da gibt es festgesetzte Spawns, festgesetzte Basen und ich denke, wenn die das so traditionell einhalten, dass die Leute wirklich vernünftig wie vorgesehen spawnen, dann kann das schon richtig viel Spaß machen im Vergleich zu anderen Modis. Sprengkommando, Capture the Flag, beides geile Modis. Wenn das Spawn-System da drin vernünftig arbeitet und du nicht kurz fünf Meter entfernt von der Base spawnen kannst, weil momentan die Leute da und da unterwegs sind. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das Spawn-System im MB2 ist wirklich mega nervig für zielbasierte Modis. Ich sag nur Herrschaft, dann spawn die irgendwie bei deiner eigenen Flagge, bei deiner eigenen Base. What the fuck? Neue Operator-Leaks gibt es auch, nämlich Valeria und Vargas. Valeria kennen wir aus der Story, die wird kommen. Die wünschen sich auch schon sehr, sehr viele Leute, die haben Bock da drauf, seitdem sie die so gut in der Story fanden, möchten sehr, sehr viele einen Operator haben. Jetzt soll sie höchstwahrscheinlich zur Season 3 kommen, vielleicht auch Season 4. Wir werden es sehen. Und neue Waffen wurden natürlich auch angekündigt. Da starten wir erstmal mit den Nahkampfwaffen. Da hätten wir einen Katana, einen Karma und die altbekannten Kalis-6. Die kennen wir ja schon aus Warzone 1. Das Katana hatten wir auch in Vanguard. Das sind so Nahkampfwaffen, die sollten immer drin sein. Keine Ahnung, warum die jetzt erst kommen. Bei den Pistolen hätten wir einmal die Tech-9. Die kennen wir auch schon aus vorherigen Teilen. Dann hätten wir noch die ST-12011. Dann hätten wir noch ein weiteres Kampfgewehr, nämlich XM-7. Das ist auch eine sehr, sehr bekannte Waffe. Die wird in Modern Warpher 2 aber folgenderweise heißen MCX-Spear. So wird die heißen in Modern Warpher 2. XM-7 ist für die meisten Spieler wahrscheinlich ein bekannterer Begriff. Eine neue Shotgun ist auch noch geleakt. TS-12. Kommen wir einmal zu den Sniper-Stars. Auch eine sehr, sehr bekannte Waffe bei, nämlich die Intervention. Der Leaker sagt aber, dass sie India genannt werden wird im Spiel. Warum auch immer. Ich finde, mit einer Intervention, mit dem Namen, kann man viel mehr Cloud generieren. Keine Ahnung, warum sie das ändern. Dann bekommen wir noch die WA-2000. Ist auch eine sehr bekannte Waffe. Sollte auch schon in einigen Call-of-Duty-Spielern von euch ein Begriff sein. Neue Sturmgewehre haben wir auch. Einmal die Helion, die ACR, die Vulkan und die FR-5. Das ist eine Farmers-Variante. Die kennen wir auch schon aus Modern Warpher 19. Finde ich auf jeden Fall cool, dass eine ACR und die Farmers Comeback feiern. Dann hätten wir noch Maschinenpistolen. Einmal die APC-45 und die APC-9. Bin ich mal gespannt, was das für Waffen sind. Die sagen mir jetzt auf Anhieb nix. Und ja, das war es auch schon mit dem Nix. Ganz, ganz wichtig. Diese Sachen werden jetzt verteilt über die Seasons Come. Ich denke nicht, dass sie diese ganzen Waffen jetzt auf einmal raushauen. Ich denke, wenn sie uns was schenken möchten, dann sollten sie auf jeden Fall alle Modis innerhalb von Season 3 raushauen. Bedeutet Season 3, Season 3 Reloaded, hätten wir einmal Gunfight, Sprengkommando, Capture the Flag, Ranked, Beutegeld. Würden sie das machen, dann wäre das echt schon ein faires Angebot. Ich hoffe, sie behalten es dann auch irgendwie mal bei, sich mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Weil bei der letzten Season, erinnert euch einmal zurück, da war der Aufschrei groß, dass wieder so wenig Content kam. Und dann hieß es noch, hier, habt da noch eine schöne Multiplayer-Karte. Sie müssen an ihrem Content arbeiten. Das, was sie raushauen, reicht nicht aus für diese ganze Periode so lang, wie eine Season läuft. Die läuft viel zu lange bei so wenig Content. Schreibt mir gerne mal eure Gedanken zu den Leaks in die Kommentare. Also bei den Modis bin ich sehr, sehr glücklich. Die Waffen sind auch alle sehr, sehr gut. Ich wünsche mir natürlich die Oldschool-Waffen zurück. ACR, Farmers, Intervention. Das ist schon mehr was, was für eine Nahkampfwaffe da jetzt im Spiel ist. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.